Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt, was ich mal so zwischendurch machen werde, wenn ich Lust habe. Und zwar spielen wir Monster Hunter Creston and Safen. So, und was es sich da jetzt handelt, werde ich euch jetzt erklären. Und zwar werde ich euch ein bisschen mitnehmen in die Welt von Monster Hunter 4. Das Spiel solltet ihr einen so einer noch schon kennen, wenn nicht, dann herzlich dazu eingeladen. Denn es ist schon seit Januar, diesem Jahr, draußen, wenn ich mir, ja, das muss Januar gewesen sein. Und man kann hier eigentlich ziemlich viel machen. Und zwar startet man als Jung Hunter, wie man hier sehen kann, hier in der Anfangsstadt Fallhaber. Und man muss sich halt nach oben kämpfen, um den Jirang zu erreichen. Ich habe zur Zeit Jirang 3, weil ich jetzt seit Länkraum nicht mehr weiter gemacht habe. Aber seitdem es jetzt den Monster Hunter Stream für Europa gibt, wo ich euch raten würde, wenn ihr Monster Hunter gerade angefangen habt, schaltet doch auch mal ein. Dann findet ihr mich auch im Chat, also da kann ich euch dann auch helfen. Mittwochs gibt es da immer HR ab, wo wir euch Jung Huntern helfen, auf den Jirang zu kommen und auch weiter. Donnerstags für alle, die französisch sprechen, dort gibt es dann den französischen Stream. Und freitags gibt es dann meistens wieder den englischen Stream. Kommt drauf an, wo wir Sets, also wo Sets dann vervollständigt werden. Diese werden dann vom Jackie wieder gemacht, vom englischen Producer von Capcom Europe. Natürlich wird auch nächstes Jahr ein deutscher Stream folgen, soviel ich weiß, der kommt dann immer dienstags, wird dann gemacht mit Steffi von Capcom. Da freue ich mich auch schon drauf, da werde ich dann auch ordentlich mit rum machen. Und ja, also ich würde euch raten, guckt einfach mal rein, mittwochs, so um 15.30 Uhr, Monster Hunter EU auf Twitch. Wenn ihr Twitter habt, könnt ihr auch gerne Monster Hunter folgen. Und dann bekommt ihr immer gleich die Meldung, wann der Stream losgeht. Das ist sehr leicht. Oder ihr geht auf Twitch und folgt dort dann dem Livestream. Dann bekommt ihr auch immer per E-Mail eine Meldung, dass der Livestream gerade online ist. So, aber das ist jetzt nur so eine kleine Sache, die ich mal anmerken wollte. Und was wir heute jetzt machen, ist, wir werden ein paar Missionen machen, und zwar gehe ich mit euch auf Erkundung. Und wir können auch ein paar Monster besiegen. Online werde ich dann mal gucken, werde ich vielleicht mit Naru ein bisschen was machen und mal gucken, ob ich auch Mech rankriege. Weil ich möchte online dann wirklich nur aufnehmen, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die damit auch einverstanden sind. Wenn ihr gerne mal mitmachen wollt, könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben, dann können wir auch zusammen ein bisschen was unternehmen. Aber ich denke, wir haben jetzt erstmal genug gequatscht. Und ich würde sagen, wir fangen mal an. Und zwar gehen wir heute auf eine Erkundung. Da bin ich jetzt in den letzten Tagen ziemlich öfters unterwegs, weil ich gerne die Puggy-Outfits haben möchte. Das sind die Outfits für die kleinen Schweinchen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Nämlich das Puggy ist euer Haustierchen. Und ich liebe Puggy. Puggy ist eines der besten Tierchen der Welt. Und das hier ist mein Puggy. Das heißt auch Puggy. Und wir können unser Puggy streicheln. Wir können unser Puggy hochheben. Wir können ihn in unterschiedliche Outfits anziehen. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar, aber noch nicht alle. Deswegen versuche ich die zu farmen. Und ihr könnt auch eurem Puggy einen anderen Namen geben. Meins heißt aber Puggy und es bleibt auch Puggy. Puggy und ja. Weitere Sachen. Also ihr könnt euch dann merken, dass hier ist euer Haus. Hier könnt ihr dann auch abspeichern. Hier könnt ihr auch eure Kameradeneinsätze koordinieren. Was ich noch machen muss. So. Du kommst mit. Und mein Heiler kommt mit. Und ihr könnt hier auch euer Inventar, wenn ihr was mitnehmen wollt. Ich habe hier so einige Sachen. Ziemlich viel. Also ihr werdet ziemlich viel fahren müssen. Das kann ich euch sagen. Und ihr könnt auch eure Ausrüstung wechseln. Aber auf Thema Ausrüstung und so werde ich mal wann anders eingehen. Das hat jetzt mit der ersten Folge eigentlich nicht viel zu tun, weil ich euch halt ein bisschen was Hunter-mäßiges zeigen möchte. Und wir haben hier unseren Katzendiener Kamerlin. Und was du mit dem Ausrüstung hast, erkläre ich auch später. Mal in einem gesonderten Video halt über alles mögliche. Und ja. So. Ich habe meine Katzen jetzt ausgerüstet. Und bevor wir uns in die Erkundung starten, wo ich hin möchte, geben wir erstmal was essen. Das ist nämlich ziemlich wichtig. Mit dem Essen können wir uns buffen. Und ich würde sagen, wir fordern ein bisschen Mooswein. Ach, ist immer schön, das zu sehen. Man kann es natürlich auch wegdrücken. Und wie ich euch jetzt sagen kann, Essen ist hier in dem Spiel ziemlich wichtig, weil ihr euch buffen könnt. Ihr habt unterschiedliche Möglichkeiten, die ihr kombinieren könntet. Und solltet halt mal ausprobieren, was ihr bekommt. Und ihr solltet auch auf die Fähigkeiten achten, die ihr dann freigeschaltet habt. Und ich kann euch sagen, Unglückskerze und Regelbrecher also Regelbrecher möchtet ihr nicht haben. Nämlich die machen euch das Leben schwer. Und ja, damit wir uns jetzt gestärkt haben und ich jetzt auch noch mal kurz mein Inventar beprüfe, ob ich alles habe. Energietränke haben wir. Bietränke haben wir. Und ich sollte ein bisschen Zeug ablegen, wie ich sehe. So, das können wir ablegen, das können wir ablegen, das können wir ablegen. Können wir auch gleich in die erste Erkundung losstarten. Und zwar gehen wir in die Hohe Erkundung, weil es dort zur Zeit eine Schatzkammer gibt. Und dann kann man entweder einen Hammer oder einen Jagdhorn finden. Und da will ich halt mal gucken, was da so rumkreucht und schleucht. Vielleicht was Interessantes für mich. Und ja, hier sind wir jetzt in der Erkundung. Die Erkundung ist unbegrenzt. Also ihr könnt hier so lange drinbleiben, wie ihr wollt und Monster besiegen und farmen. Andere Questen wiederum haben ein Zeitlimit. Und wenn ihr das Zeitlimit nicht einhaltet oder die Questaufgabe nicht einhaltet, ist es Game Over für euch. So, wir trinken einen Mega-Speed-Trank und ich würde sagen, wir gehen mal los. Ach ja, und meine Rüstung klimpert ein bisschen. Das ist normal. Ich habe eine gemischte Rüstung aus dem Gormagala und aus dem Chaos-Magala. Die bekommt ihr aber erst, wenn ihr im G-Rang seid und die klimpert so schön. Auch die normale Gormagala ist zum Klimpern so schön. Also, eigentlich nicht so, wie wirklich das war, um sich jetzt an den Gegnern zu schleichen, aber es ist die Klimpern halt so schön. So, wo bist du? Ah, da hinten. Jetzt schrei doch nicht so, mein Herr. Und wir sind geburnt. Und ich merke gerade, ich habe glaube ich schon wieder keine Gegengifte dabei. Und Konchus. Konchus sind solche Gegner, die ich in diesem Spiel einfach nur hasse. Kommst du jetzt langsam mal bitte wieder runter? Und wir sind vergiftet. Habe ich es noch dabei? Habe ich es noch dabei? Nein, habe ich es noch dabei. Nein, habe ich es nicht. Ah, nicht gut. Und ja, fängt gut an. Das ist wiederum so eine Sache, die ich am Anfang auch liebe, die Rombokombos. Deswegen ist es immer so schön, ganz besonders mit Rathalossen, die können so schön Rombokompen. Ja, wie ihr seht, die wir jetzt gegessen haben weg. Das kann man verhindern, wenn man Gourmet mitbeikriegt. Dann behält man die. Das ist aber nicht so schlimm. Ich kann das wieder herstellen. So, und... Wo haben wir es jetzt? Wo haben wir es jetzt hier? Rathalos? Rathalos? Was ich noch im Bildschirm habe, ist die Karte und meine Schnellauswahl-Tasten. Nein, du spuckst woanders. Gott, wie ich dieses Ziel hasse. Unfallwerfer. Wow, es hat mich gleich wieder gebürnt, nachdem ich inbürnt war. Das, meine Freunde, ist der Rathalos. Wenn der einbürnt, dann immer. Und natürlich hat er jetzt einen Konchu-Panzerung. Das ist sehr schön. Wie ich eben es wissen, wenn so ein Konchu sich auf den Boss draufsetzt, hat er eine höhere Panzerung. Das heißt, man kann ihm schwerer Schaden zufügen, an der Stelle. Und es ist quite ein bisschen dämlich. Sehr gut, ich kann meine Woche aufladen. Und wieder ein Falltreffer. Danke, Konchu! Das war gerade echt scheiße. Also das war jetzt gerade echt hinterhältig. Und wieder. Ja, ich kann es nicht minister. Ich kann es nicht mehr ich kann es nicht mehr bei mir. Ja, ich kann es nicht mehr , wenn ich jetzt die rücken. Also das war ich. auf den Schaden. Ah, ich hasse Rathalos in Kombination mit Conchus. Das ist etwas, was ihr nicht haben wollt. Weil ihr jedes Mal von diesen verdammten Conchus umgerollt werdet. Und wenn ihr... Ah, wir haben jetzt auch noch einen roten. Weißt du was? Fakt ist. Geht so, Schatzkammer. Fuck this. Seriously. Fuck this. Das ist auch so eine Sache. Wenn ihr einzelne Busse habt und zu lange braucht und gerne mal öfters abgeschossen werdet, kommen auch noch andere Monster hinzu. Und das kann quasi ein bisschen nervtötend werden. Ah, die Schatzkammer. Sehr schön. Mal gucken. Was haben wir hier alles? Geschwindigkeitsnektar. Ausdauernektar. Geschwindigkeitsnektar. Ah, die Schatzkammer ist offen. Sehr schön. Ur-Altes Fragment. Noch ein ur-Altes Fragment. Und was haben wir hier vorne? Ein Glückssplitter. Und Qualitätsschleifmittel. Und jetzt habe ich aus Versehen das Kabel rausgezogen. Tut mir leid. Kein Problem. Alles gut. Alles wieder da. Entschuldigung. Und mehr Nektar. Den ich noch nie irgendwie verwendet habe, aber irgendwie in Massen habe. Abgenutzte Waffe. Abgenutzte Rüstung. Gibt es hier noch was? Nein. Wir sind schon am Ende? Achso. Ich habe lauere Rat und das geflohen. Naja. Lief jetzt nicht allzu super, aber ich war eigentlich nur wegen der Schatzkammer her, weil der High-Rank-Krater aus mir eigentlich nichts mehr bringt und ich wäre ein kleines Goodie gewesen, aber ein Konchus. Ich hatte Konchus. Wirklich? Seriously? Wer auf die Idee von diesem verdammten Konchus gekommen ist? Okay. Was haben wir da? Was haben wir da? Hm. Nein. Leider keine interessanten Waffen. Macht nichts. Ja, die Erkundung ist ein bisschen mäßig verlaufen. Wir wurden von einem Rathaus-Kombo-Konchus-Action verkloppt. Tut mir leid, leid, Leute. Und deswegen mal kurz das Ding rausgerockt ist. Die Schatzkammer haben wir aber erfolgreich geplündert. Da war jetzt leider nicht so wirklich was drin, was ich gebrauchen konnte. Aber, ähm... Ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt doch ein paar Kommentare und so. Und ich sehe euch dann im nächsten Part wieder. Das war's soweit von mir. Tschau, Leute! Tschau, Leute!